Die Schule hat einen Fotowettbewerb gemacht. Ich habe Fotos von zwei parkenden Autos gemacht, die wirklich total eng beieinander sind, wo man eigentlich nicht einsteigen kann. Weißt du noch, wo das war? Nein, keine Ahnung. Aber es ist nicht schwer zu finden. Ein paar Stunden sind die Autos angekommen. Ich habe den zweiten Preis gewonnen und es sind zwei Wochen Italienisch-Kurs in der Sprachschule. Ich habe hier mit meiner Freundin Shourouk und wir haben angefangen den Kurs zusammen, vier Monate vorhin. Und jetzt sind wir sehr nahe Freunde. Dann gibt es die dritte. Bis zum nächsten Mal.